Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir schauen uns heute die krassesten Weltrekorde aller Zeit gemeinsam an. Tobi ist nämlich Weltrekordhalter tatsächlich im unangenehmsten Grinsen. Ja, das hast du dir selbst zuzuschreiben, mein Nützer. Alle Videos sind wie immer in der Videobox verlinkt. Wenn ihr wollt, dass wir auf irgendetwas Besonderes reagieren, zum Beispiel auf den 60. Geburtstag eurer Oma, lasst auf jeden Fall gerne Kommentare und dann machen wir das. Was denn? Ich war mute. Hahaha! Das ist auch besser, wenn ich einfach die Videos fast alleine mache. Soll ich gehen? Nein, wir fangen zusammen an. These are the craziest world records of all time. Oh, das ist ein I-Kammer, hast du gesehen? Wait, did someone actually do this? One person's bad idea is another person's world record. Luke Eikens gained his fame by jumping out of a plane at 25,000 feet with no parachute. Alles klar. Also an sich? Nee, entspannende Sache eigentlich mal ohne Fallschöne runterzuspringen, oder? Ich bin schon in die Wunterscheiß mit Fallschirn. Digger, hast du schon mal Fallschöne gemacht? Nee, du? Alles klar, wird ein Video. Momentarily, we'll see his jump team... Okay, Moment, er springt aber... And that means Luke is all alone for the rest of the way. All that's good between Luke becoming a unique pancake was a specially designed net... Das muss der treffen. Digger, no way. Scherro, du triffst es nicht. Du bist so der Kranfahrer, du wartest bis er ins Netz fällt und dann fällt er neben dich so. Bro, was passiert, wenn er das nicht getroffen hat? ...waiting for him just above the ground. A couple feet to the right and it's game over. Fortunately, this one had a happy ending. Was? Bro, wie krass. Hast du's schon mal gemacht? Ja, aber ich würd ja niemals das Netz treffen. Ich würd sowas von daneben aufschlagen. Okay, wie ein Video, kann ich jetzt auch sagen. Hast du bei mir auch gesagt? 100.000 Likes ich mach's. Is Ruan Liangming and he holds the record for the heaviest mantle of bees ever documented. Was? Digga, der hat sich einfach in Bienen bedenkt, wie es aussieht. Boah, hä, was ist mal gestorben? Wie kommt man auf sowas? Ja, es tut übertrieben weh. That's about 637.000 bees calling Liangming home. I guess that's one way to get your buzz on. Okay, angenommen, ich will jetzt ein Video mit dir machen wollen. Wo krieg ich so viele Bienen her? Ich denk mal in den Bienenstock, oder? Ein Bienenzuchtverein Landhausen, oder was? Landhausen, der hat die meisten, ja. 19. British stunt driver Terry Grant broke the Guinness World Record for the biggest car loop-to-loop. Oh mein Gott. The loop he drove around is the world's biggest vertical loop at a dizzying 63 feet high. But even with the risk of falling, he managed to pull it off in style. Okay, er sieht nicht so krass aus, aber es ist schon heftig. Ja, aber wie geht denn das? Also, wie kann denn das Auto da durchfahren? Also, wieso fällt das nicht runter? Es hat vier Räder. Ja, aber Bro, das geht ja wirklich nur mit einem bestimmten Gewicht und allem drum und dran. Dann musst du halt eine Geschwindigkeit und den Anpress-Ding und dann, du bist ja nicht so lange, wieso bist du… Ja, weil der Anpress-Druck muss halt schon enorm sein. Few extreme sports are as bizarre as Skysurfing, but just like with every sport, there are records to beat. And Keith Edward Schneider took it upon himself to get the job done. Was? With the pyramids of Giza as a backdrop, Keith jumped from 13,500 feet in the air to attempt the record for the most helicopter spins while Skysurfing. With the spin count topping 160, he really did spin his way to stardom. Was ist der Weltrekord dahinter? Wer hat gesagt, du musst die meisten Helikopter spins mit so einem Snowboard vom Flugzeug rausmachen? Ganz random, aber wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich spring jetzt hier so aus dem Fallschirm Flugzeug, aber ich mach mir von einem Snowboard drunter. David Wise sure knows an opportunity when he sees one. Gaining speed on the downhill, the Olympic gold medalist hit the jump fast. Launching into the air and smashing the previous record by over 10 feet at 43.5 feet, David now holds the new record for the highest air on a hip jump. It's going to be a tough one to beat. At high speeds, skateboards and their riders have fallen victim to the dreaded death wobble. Tell that to Kyle Wester, who in 2016 broke the record for fastest speed ever recorded on a skateboard. The professional skater rocketed down the private track in Colorado. Ich glaube Julius ist doch connected mit dem. Das ist unangenehm. Julius? Ja? Es ist schön, dass Carina leicht duschen geht, aber das nächste Mal disconnectst du dich bitte von der Box, wenn wir ein Video aufnehmen. Ach ey, warum war ich mit der Box connected? Ja, weiß ich nicht, aber Carina geht gleich duschen, das ist doch schön. Nur, dass du es weißt. Das ist doch schon mal gut. Alles klar, dann schönen Tag auch, tschüss. Okay, tschüss. Oh mein Gott, wer ist das denn? Oh mein Gott, wer ist das denn? But it's his latest white knuckle stunt that earned him legendary status amongst Daredevil. Ja, und das ist halt insane, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist verrückt, das ist so verrückt einfach. Die zweite Idee war einfach. Ja, 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 ja. While he didn't have to contend with traffic, there was no room for error. Cooler wär's halt wenn noch verkehrter wär, ne? Ja, das wär auch safety gefährlich gewesen, oder? Ja, das wär auch safety gefährlich gewesen, oder? Oh, guck mal, jetzt, 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 die Realisation, wenn da draußen ist. Da kommt sie jetzt. Da kommt sie jetzt. Das ist der größte Ski-Flying-Ramp in der Western Hemisphäre, towering at a terrifying 24-storys high. Was? 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 One of the most difficult moves in parkour is the dreaded wallflip, but Eric Mukometshin has enough speed and explosive power to make it look easy. On the Chinese show Mission Impossible, Eric showed the world the true extent of his capabilities. With just a short run-up vertical 14.4ft wall and backflip flawlessly, setting a new world record at the same time. Push-ups are difficult enough on their own, let alone using only one finger. Zee Guizhong gave himself just 30 seconds to do as many one finger push-ups as possible, and in that time, he managed an incredible 41 knuckle-cracking repetitions to claim the world record. YouTubers How Ridiculous went all the way to Lesotho, Africa to try and set the record for the highest ever basketball shot. With a hoop set up at the bottom of a waterfall and harnessed ropes for safety, Derek Heron pulled off this amazing basket from 660 feet away. Despite looking like he nailed it on his first throw, it actually took them five days to finally make the shot. Richard Browning isn't just the real-life reincarnation of Tony Stark. He's all about writing himself into the records. This inventor turned daredevil managed to break the record from the fastest speed in a jet engine suit. Traveling at a blistering 85.06 miles per hour. Competing in the world's strongest man competition. Contestants had to pull this 44,000-pound plane down the runway with nothing but pure physical strength. Strongman Eddie Hall had a distance of 23.55 meters to the line. Starting strong, it didn't take long for the lactic acid and exhaustion to build up. Eddie was determined. Eddie Hall weighing 410 pounds, looking very good. Wie kann man denn so stark sein? Guck mal. Smashing the previous record and setting his own with a distance of 24.45 meters. Digger. Vadrik Leonardo is so fast at scaling walls. People assume the footage has to be sped up. All those doubts were put to rest at the Speed World Cup when Vadrik set a blistering new record by climbing a 50-foot-high wall in just 5.2 seconds. Bitte? I think I'll take the stairs. Everyone knows that a good jump requires a run-up. That is, unless you're Christopher Spell. With impossibly explosive energy, Chris is able to clear heights up to 5.5 feet without breaking a sweat. That's taller than some people. This somersault-slash-headbutt technique isn't pretty, but it's earned him the world record of breaking 111. Hey, bro, you must have it with the head in just 35 seconds. Limbo is a test of extreme flexibility and balance. Ey, Menschen sind so weird teilweise. Guck mal. Also so krass. Digger, wie kann die sich so halten? How can she limbo under a bar just 12 inches off the floor? She's somehow able to propel herself forward using only the inside arches of her feet. To break the record, Shamika traveled an amazing 10.17 feet. Digger, die gute Zeit wär's gar nicht. Stell dir mal vor, du bist irgendwie, du hast ein Date und plötzlich kommt die Frau so aus dem Badezimmer raus. Ist das geil oder wie? Dann steigst du vom Auto aus und sagst, ah, du bist schon ausgestiegen und dann kommt die so unter dem Auto. My back hurts just watching her. Meet Miles Daesher. This adrenaline junkie holds the record for the most human powered base jumps in 24 hours. What's a human powered base jump? Well, that just means after each jump, Miles had to climb back up 486 feet just to do it all over again. Each round trip took around 20 minutes, but that didn't stop him from jumping a whopping 63 times. At a total climbing distance of 30,618 feet over 63 pounds of faith, Daesher actually scaled a height taller than Mount Everest in a single day. Maki raced into the record books with his unbelievable side wheelie speed record. Specially designed tires helped keep the BMW 3 series balanced while Vesa put his foot on the gas. You can tell it's fast just by looking, but you would have never guessed he reached a top speed of over 115 miles per hour in the process. What? One of the most revered events in Strongman history is the Hercules hole. In this ultimate test of strength, competitors are- That's so krank, bro. Also, I think I would hold this for 2-3 hours safe. It's not with strength. The legs just have to hold it, right? 2-3 hours. Fired to keep two pillars, each weighing 352 pounds off the ground for as long as possible. Despite Mark Felix holding the previous two world records at 54 years old, it was a stretch to think he could do it again, but he didn't disappoint. Smashing his old record, Mark managed to hold on for a whole 1 minute and 32 seconds, cementing himself into history yet again. What? Sen Shaolin is the fastest jump roper in the world. Was? So fast that when it comes to- Nein, nein, nein. Der springt doch krank. Jumping, the record he's about to smash is his own. And while this footage might look sped up, Sen's actually in real time, jumping an incredible 228 jumps in just 30 seconds. Ich hab das Seil nicht mal gesehen. Oder, was? Ich kann auch der schnellste sein. Och nö, du bist auf die Windows-Taste. Kannst du kurz die Maus? Ich hab auch gar nicht so süß bei mir hier. Kenichi Ito is a pretty unique athlete. He's become known as Tokyo's Monkey Man and it's not because of his love of bananas. He's actually the fastest man alive on all fours. Recently setting a world record time for his four-legged sprint over 100 meters. Okay, so kann ich ja schaffen diesen Rekord. Ich glaub nicht. Ich frag mich halt auch, wie kommt man auf die Idee zu sagen, yo, ich renne jetzt halt einfach die ganze Zeit nur auf allen Vieren. Mama, ich will ein Weltrekord brechen. Was hilft da? Ich glaub jetzt, der schnellste Mann auf allen Vieren würde ich sein. 15 Sekunden. 15 Sekunden ist actually sehr schnell. Der ist schneller als wahrscheinlich. 15 Sekunden laufen die meisten nicht mal so auf 100 Meter. Und Gepard ist auch ungefähr so 15 Sekunden schnell. Nein, Gepard ist deutlich schneller. Gepard läuft 80 kmh oder sowas. Leute, gut, wenn ihr mehr Lustige fand, wenn sie über Tiere wissen wollt, das war's für dieses wunderschöne Video. Hau da rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.